Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Fallout 4 Beim letzten Mal haben wir dies und das gemacht und jenes und alles und jenes, nein musste ich natürlich wieder alles nachholen da die letzte Aufnahme ja weg war Was willst du von mir? Alles klar? Die Minutemen sollten uns beschützen Darf ich dich abknallen? Wir haben es versprochen! Versprochen! Kann ich einfach mal kurz machen Bist du verrückt? Das sieht ja gar nichts Ey da passiert ja gar nichts Jetzt ist sie tot Autsch Ich knall mal alle ab Ich kann ja laden Naja Und ich bin tot Laden Das musste ich einfach mal probieren Ich kann auch mal Nein Welche Position habe ich die Waffe denn? Ach da Geht das? Wie weit kann ich hier einer abschießen? Er hatte versprochen Versprochen Eigentlich müsste ich ja zwischen ihnen hier abknallen Was? Bist du verrückt? Nein Es kommt Es ist bald da Er ist tot Alte Mutter Alte Murphy Ist gar nicht tot Und du? Er ist tot Vor allem er steht ja wieder auf Auch geil Ich habe ihn zu Boden geschossen Und dann steht er wieder auf Yay Na gut Bevor wir weiter so Blödsinn machen Mache ich jetzt weiter Probieren kann man es ja mal Geht zu Gucken ob hier noch was ist Gucken ob hier noch was ist Hey Hundi Mach die Tür wieder zu ja Hier noch irgendwas Da 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 Nickt die Übernehme da drin Es ist ja alles mögliche da drin Bist du verrückt? Auch geil Schießt sich den anderen ab Schießt sich den einen ab Passiert gar nichts Schießt sich den anderen zu Tode Steht er wieder ab und greift Steht er auf und greift an Und der andere steht auch wieder auf Yay Logik Wie fehlt die Logik hier drin? Naja Ein Spiel halt Naja in den nächsten Tagen soll ja ein neues Update kommen Und gucken was da gefixt wurde Zumindest gibt es da eine Quest Die Nicht so wirklich toll ist Sodass das Spiel mal abstürzt Sockleber Oh Können wir eigentlich mal reinhören ne? Können wir eigentlich mal reinhören Hm Ist Mittel? Nee Diverses Das ist die Ich will hier nicht oder so Was mach ich denn da? Mal schauen Persönliches Log Staff Sergeant Michael Daly United States Army Am Samstag den 23. Oktober ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt Die Ursache Ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion Mehrere Explosionen um genau zu sein Anhand der Meldungen die ich aufgeschnappt habe Kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben Am nächsten Tag wurden Flority und Canaver von ein paar verängstigten verzweifelten Überlebenden erschossen Danach ist Brzezanski abgehauen Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen Falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston Um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street Hier spricht Mike Daly Ende der Aufnahme Viel Glück und Gott segne Amerika Oder das, was davon noch übrig ist Und ich finde sie dann ganz schön schwer Atomic Command Starten wir mal Balalalalalalalala Nein Cool Yay Fuck Ich bin zu schlecht Widerspülen Warum trifft er dich? Passagiert Fluchtzeug zerstört Yay Yo Ist klar Alles zerstört Yeah Ich will aber nicht mehr Tschüss Tschüss Okay Ich habe gesehen wir haben ein bisschen viel Gewicht Aber geht eigentlich noch Wollen wir mal Versuch uns Scannen rein Bäm Und einsteigen So Okay Und nicht voll Ist hier irgendwo was? Nö ne Nehmen wir die Hier oben Boss Hier oben ist jemand Sterb Alles mitnehmen Warum kommst du dich runter Hey Ohoho An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei Ja Sterb Willst du mich verarschen? Sterb jetzt Diese Raider, ne Sterb Erhitzt die Erhitzt die ganz schön Kann das sein? Wow Das war ich jetzt nicht Da kommt noch mehr Sterb Level Up Cool Ui Und da kommt jetzt die Todeskralle Sterb Fuck Nachladen Hilfe Sterb Dummes Dreck Vieh Ey Überhitzt das Ding nicht? Autsch Lass mich los Lass mich los Hab ich gesagt Autsch Sterb doch du Drecks Vieh Na geht doch Eliminier den Feindkommander Bist du tot? Bist du tot? Ich hab doch Tot Was das? Hier Kannst du haben Meine Güte Meine Güte Aber das war ganz schön Voll Kann das sein? Guck mal da hinten ist noch einer Autsch Scheiß mal Leute drauf Ich glaub das Gewicht in dem ist ganz gut Ich glaub das Gewicht in dem ist ganz gut Ohohoho What the fuck Ja Nicht wirklich Das Teil ist ganz gut geschrottet Achso ich wollte schon sagen Ne Ne ich bin echt überladen Ähm Kleidung Ich schau mal kurz durch was wir dann anziehen können Flammenhemd und Jeans Ok Ach man kann nicht in ein paar Haustungen anziehen Kann ich auch steigen? Äh Hallo Komm ich raus? Das ist gut wenn man nicht weiß wie man rauskommt Äh Ach oder mal ich ging gerade auch Ich will hier raus Schaden durchschalten So Also Spot Hm Was hat sich denn da hingeschaltet? Ah Licht Aha Achso Ok Ups Falscher Knopf Oh die Leiche ist ganz schön geflogen Ich will hier raus Ich will hier raus Wie geht das? Muss ja auch unter Einstellungen stehen irgendwo Ähm 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 Schleichen die doch nochmal laufen Ähm Steht das noch nicht mal? Ähm Achso Achso E-Gedrücktheiten Ok Gut zu wissen Talk me Komm her Hey Komm her Hey du Warte da Dimmlicher Hund Dimmlicher Hund Handeln Ähm Wie können wir nicht schön viel verschrotten und so? Kannst erstmal einiges haben Ok Brille Brille Das kannst Ja komm Ups Jetzt habe ich ihn in den Ring gegeben Ey Warte mal Könntest du doch sortieren Nach Gewicht Hm Gewicht Ja 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 Kannst du haben Das kann er haben Das Warum habe ich drei Stück von Hanisch? Hier Mikroskop Das kann er haben Das kann er haben Das kann er haben Das kann er haben Die Dinger kann er haben so jetzt sind wir wieder leichter komm mit geh erstmal rein was danke doch mit ah das blocken ok das wollte ich machen so andere Waffe ist irgendwie äh war nicht einfach zu schwer als zu laufen eben hallo Entschuldigung das war wirklich erstaunlich ich bin froh dass du auf unserer Seite bist ich bin auf meiner Seite das ist schade man im Commonwealth kann man nie genug also als wir uns trafen hast du etwas über die Minutemen gefragt eine Sache solltest du über uns wissen wir helfen unseren Freunden hier für alles was du getan hast nö ich habe es nicht für das Geld getan hey tut mir leid ich bin es gewohnt dass jeder nur an sich denkt du erinnerst mich an meine Freunde die andere Minutemen die ihr Leben für etwas gelassen haben das größer ist als sie selbst du solltest mit nach Sanctuary kommen wir könnten deine Hilfe brauchen was würde ich denn tun müssen du musst stark bleiben wie zuvor denn dein Schicksal umfasst noch mehr ich habe es gesehen und ich kenne deinen Schmerz mein Schicksal was meinst du damit du bist ein Mann ohne Zeit ohne Hoffnung aber nicht alles ist verloren ich kann die Energie deines Sohnes spüren er lebt wo ist mein Sohn wo ist John ich wünschte ich wüsste es Kind wirklich aber ich kann ihn nicht sehen ich kann nur seine Lebenskraft spüren seine Energie er ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte Auge um dir zu sagen wo du suchen sollst das große grüne Juwel das Commonwealth Diamond City die größte Siedlung in der Gegend ja was ist denn Diamond City ist John dort also Kind ich bin müde wenn du mir später ein paar Camps bringst wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen Mama Murphy wir haben doch darüber gesprochen dieser Mist bringt dich noch um sei still Preston wir müssen weiter irgendwann sterben wir alle wir brauchen das dritte Auge und unser neuer Freund hier solltest du auch brauchen also legen wir los hey Sturges kommst du mit uns nach Sanctuary dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen wir machen uns auf zu dem Ort von dem Mama Murphy erzählt hat ich glaub's nicht dass wir nach Sanctuary gehen nur weil Mama Murphy eine Vision hatte sie hat davon erzählt du meinst sie hatte eine ihrer Visionen als sie total zugedröhnt war und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen weil Mama Murphy es gesehen hat wartet wartet entspannt euch alle mal ist das vorbei also mal was wir jetzt tun sollen irgendjemand also Sanctuary irgendjemand raus hier lass uns die labern was sie jetzt eh nicht mehr tun werden auch geil wenn du rauskommst ist das schon wieder fast dunkel ich bewege eure Härsche rein mit dir dafür habe ich die andere Waffe jetzt nicht mehr äh wie war'n das gut dass ihr mal in den Stall umgucken musst äh aha so schleichig aber nur hups guck mal da liegt noch mehr rum meins meins oh komm ist die eigentlich hier meins meins tja bam 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 wir müssen das Ding noch reparieren sieht man voll das Ding noch nicht mehr 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 Untertitelung des ZDF, 2020